Ja, wenn du anfangen möchtest? Ja, ich glaube gar nicht so schlecht. Ich habe heute angefangen mit 100.000, habe gerade 72.000. Habe dann in der Hand gespielt mit Carsten Joghurt in Light Spielball-Etap. Musst du dann leider auch so ein Punkt betrunken. Also ich spiele aktuell recht bewusst. Also ich spiele aktuell glaube ich so 70 Prozent bei der Endersaison. Aber es macht Spaß. Das macht Spaß. Dein Tisch ist eher knochentrocken? Nö. Wir machen auch mit. Wir spielen auch gerne mit alle. Wenn Carsten Joghurt in 5 Beta macht, dann hat er was wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hat er. Ich weiß aber nicht. Die Beta hat er auch irgendwelche Wiesen auf mich weiter. Wahrscheinlich. Danke dir für den kurzen Zwischeneinstieg und wir reden uns später nochmal. Danke.